Die Warrens sind in der kleinen Seitenstraße. Sie haben Blut in der Nähe einer kaputten Mülltonne gefunden. Also die nach der Tatort. Nun, wir wissen mehr, wenn wir das Blut untersucht haben. Was ist das? Schwangerschaftsvitamine. Richtig, genau. Das ist ja jetzt... In der Gestatio. In der Gestatio. Genau. Du drückst es immer sehr eigenartig aus. Naja, jedenfalls hör zu. Ich kann mich noch an deine Gelüste erinnern. Also sag mir, wenn ich dir irgendwas besorgen soll. Spaghetti, Eiscreme, saure Gurken oder Hummus. Das klingt wirklich alles lecker. Was hat Aubrey denn über die Spiele herausgefunden? Da war einer, den habe ich vorher nicht gesehen. Wir hatten wasserdichtes Alibi. Die anderen sind nichts Besonderes. Das sind Kerle, die gerne Karten spielen. Das ist alles. Einer trainiert ein Highschool-Baseball-Team. Der andere baut in seiner Freizeithäuser für Habitat for Humanity. Hat irgendjemand von denen Geldprobleme? Aubrey versucht das gerade herauszufinden. Aber wir bekommen keinen Beschluss ohne einen Grund. Und bis jetzt tischen wir im Trüben. Ja, das stimmt. Also, im Moment ist das alles frustrierend.